Nee, ich heiße Tommy Tauge nicht. Ah, scheiße, Mann, ey. So, ich muss gleich mal das Bild uploaden hier. So, ich hab jetzt ein super cooles Profilbild. Bin mal gespannt, wenn die auch Schneemovai bekommen. So, ich mach jetzt das Forum unsicher. Ich hab so Bock drauf. Ich, da gibt's Unterkategorie bei Musik. Emo, Rock'n'Heavy und Andere. Da geh ich mal rein. Ich, ich geh zu Hip-Hop, ey. Voll geil. Anna Waldhonig. Gottes Willen. Das heißt Waldfee, wenn dann... Oh ja, ich hab jetzt gefunden. Ich hab schon wieder nen geilen Namen. Nina Naughty. Der ist gut. Nina Naughty gefällt mir. Hey, add mich auf jeden Fall als Freund, gäh. Ich bin Tommy Tauge nicht. Such mich mal. Ey, 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 warte mal, warte mal, Tom, ey. Ohne Witz. Hey, ich hätt nicht werben können, ey. Dann hätt ich User.de bekommen. Mann, warum hab ich das nicht gemacht? Ey, ich bin noch nicht angemeldet, Tom. Ey, geil, ey. Dann lad ich dich mal, ey. Geworbene User. Mach ich mal, warte. Ich hab's dir in TS gekriegt, gäh. Mann, Bene, meld dich jetzt mal an, ey. Ich bin Freund. Ja, ey, stopp. Hey, da will schon jemand mein Freund werden. Voll geil. Ich hab meinen ersten Emo-Freund. Du bist nicht, haha. Ja, schau mal, wie zutraulich die sind, die Emos. Wie kleine Hühnchen. Ich muss aufhören, mit schwäbischem Akzent zu schreiben. Ich komm doch jetzt aus Badrop. Ich heiß... Ja, ich bin jealous. Hätt ich dich ja Sabrina Settlur nennen können, oder so. Oder Sab... Sabrina Settlur. Nein, nenn ich Sabrina. Nein, pass auf. Nenn ich Sabrina Satisfaction. Das ist doch gut. Nein, Mann, ich hab mich schon angemeldet, du Homo. Aber du kannst dich den Namen auch noch ändern, Tom, gell? Hey, wie hat schon wieder einen Pinnwandantrag gemacht, ey? Voll geil. Ich bin schon voll beliebt. Tom, wie heißt das? Sag mal. Ja, eigentlich Tromi taugen nichts. Tromi taugen nichts. Ja, ich hab dich. Ja, ich hab einen Freund. Hey, ich hab schon zwei Pinnwandeinträge, gäh? Du nur einen. Ach, du Loser. Ah, ich bin voll den fetten Schnecken, Alter. Die sind ja voll hässlich, Mann. Oh, mein Gott, das ist göttlich. Hey, die Schafe verknallt, ey. Status verknallt? Was soll ich bei Status neu hauen? Oha, oha, Tom. Fugel. Hey, du hast schon mal eine Pinnwand gemacht. Hey, zweimal, du keines Räu, ey. Hey. Jo. Lol, ich wollte nur einmal machen, eigentlich. Sabrina, selbst wechselst du jetzt mit Tobi Tauge nichts befreundet. Schwör mal. Schwör, Alter. Hey, voll bei uns im Nachbarsgraden geht grad voll ab. Was, wo geht's ab? Zu. Top Single oder doch vergeben Tipps zum Schminken Telefon oder Cam Anti fake mhm da dreht man bei Tipps zum schminken scha komplett falsch geschrieben Soll mal der Emo sucht Emo mitmachen? Ja klar. Suche Emo Freund, komme aus Kärnten. Bin 15 Jahre alt. Wenn du aus Deutschland kommst, ist es egal. Hä? Wenn du aus Deutschland kommst, ist es egal. Ich bin bereit eine Fernbeziehung zu führen. Bitte melden. Ja komm, mach eine Fernbeziehung mit der Tussi an. Oh Gott, ich kann. Da steht, sag nichts gegen Emo. Emo haben auch Gefühle. Oh scheiße. Hey, du hast doch ein Status Beat, René, oder? Nee. Ey, dein Schreck, ja Mann. Patrick Robocore ist bei mir ein Profil gewesen. Patrick Robocore. Robocore. Tommy Taugenicht. Oh scheiße, oh scheiße, Willi. Pass auf, bei über mich auf der Profil von Deos Kärnten. Pass auf. Ich lese es vor. Bin die Andrea, 15 Jahre, schwarze Hore. Die war ein meuer Emo, das ist mir aber alles viel zu viel wollen, weil ich gemobbt worden bin. Jetzt bin ich wieder auf dem Weg, Emo zu werden. Ja, das ist meine Emo-Geschicht. Ich glaub, das T-Shirt besitzt irgendwie jeder dritte von denen. Hm, glaub ich auch, ey. Ist das nicht ein Drop Dead? Ja, kann man das nicht eigentlich... Torregiert! Kann sein. Ja, das ist es mit dem Hai drauf. Da gibt's ne Gruppe, die heißt, ich bin einsam, äh, de mich. Was? Oh, scheiße, Mann. Bede, guck dir die an, warte. Oh, mein Gott, was ist das für ein Viech, Alter? Ich geht, ich geht, äh, scheiße. Da heißt eine Uschi Undead, die gefällt mir. Wie? Uschi Undead. Lol, die hat nen Freundschaftseintrag gekauft. Das ist auch cool, die heißt Pokerface-Core. Hey, ich will auch mit der Befreude sein. Hey, die ist auch bi. Hahaha. Auuuuch. Hahaha, wie geil. Lol. Ahem. Ahem. Gott, jetzt krieg ich immer E-Mails zum E-Motreff dort, ne? Klasse. Ja, du hast auch keine Spam-E-Mail-Adresse. Du bist ein Idiot. Hm, ne. Ich hab ja ne andere. Doch eigentlich ist es meine Spam. Na ja, ich hör mal auf, aufzunehmen. Torregiert! Danke. Danke. Awk. Du bist du bin. Du bist du bisté. Und ich versuche нес mahлом. Und ich versuche jetzt zuvater, nämlich immer nach 30gen. Ja.